und damit hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüße euch zu den öPNV news ja mit ein bisschen glück bleibt diese folge auch diesmal online und verschwindet nicht wieder nach einem tag und wir müssen nichts bearbeiten und so weiter und so fort von daher würde ich sagen es gibt viel über um sich zu berichten von daher fangen wir direkt an so mal wieder der leitstellen simulator pdp software hat wieder einiges bekannt gegeben das neueste future ist hier die zufälligen ereignisse die während einer leitstellenfahrt passieren können während einer leitstellenfahrt können auch jederzeit unvorhergesehene ereignisse eintreten in so einem fall müsst ihr die leitstelle kontaktieren und die angegebene situation schildern die leitstelle muss die situation einschätzen und je nach bedarf einen streifenwagen notarzt oder ein reparatur team zu eurem standort schicken was allerdings ein paar minuten dauert damit man dabei nicht zu viel verspätung bekommt könnt ihr euch mit der leitstellen absprechen zu welcher haltestelle sie die einsatzkräfte schicken sollen vor allem bei dringenden ereignissen wie medizinische notfälle ist also ein schnelles handeln und eine effiziente kommunikation mit der leitstelle gefordert um das ereignis erfolgreich zu meistern also es kommt immer mehr für das das ding das muss großartig werden wenn das später mal denn jetzt erscheint noch im jahr 2009 10 der bb 40 ist ein klassischer minibus und die perfekte wahl für den transport kleiner personengruppen dank seiner wendigkeit effizienz und agilität im vergleich zu größeren bussen eignet er sich ideal für deine ersten fahrten auch nach später für schnelle strecken die richtige wahl um gleichzeitig den ausbau deiner flotte und deines mitarbeiterteams voranzutreiben das ideale fahrzeug für die insel wie fuert de ventura ja hier ist auf steam ein kostenloser bus erschienen jetzt den ihr euch demnächst für den fernbus simulator und natürlich für den tourist pass simulatoren natürlich herunterladen könnt alles auf steam verfügbar es kostet euch nichts keine ahnung warum das ganze jetzt veröffentlicht wird da gab es noch kein statement dazu und lassen wir uns überraschen vielleicht kommt ja noch so ein bisschen was aber so kostenloser content finde ich persönlich immer eine ziemlich gute sache um sie bremen 2 bringt wohl für dieses jahr seinen letzten patch raus es gibt eine vorschau für patch 2015 so der emma in line city datum für freimarkt beflaggung geändert beim a37 und dem a40 bremen nord modern überarbeitung der kreuzung am betriebshof blumenthal löschung von splines zwischen fresenberger straße und bahnhof blumenthal 3d objekte auffahrt fresenberger straße hinzugefügt aktualisierung 3d objekt bahnhof blumenthal 2018 hier sind es die parkplätze und die grünflächen visuelle überarbeitung des bereichs um den bahnhof blumenthal überarbeitung des bereichs bahnhof blumenthal martin luther straße grono events baustelle meinert löffler straße anpassung der parkenhöhe im bereich am rabenfeld allgemeines was ich noch was sie noch in der neuen version kommen soll sind die anpassung der hofdateien und trips neue statik vehicels zum beispiel lkws überarbeitung der ampelphasen auf dem abschnitt bahnhof wegesack gron neuer ansang für bremen 2016 hofdateien zugefügt und überarbeitet ja das sind jetzt wohl die neuesten sachen jetzt in dem patch 2015 wie gesagt das soll denn für dieses jahr wohl auch der letzte patch erst mal sein dran münchen für lotus hat natürlich auch mal wieder zu wort gemeldet und zeigt uns hier ein neues schmuckstück wir sind fleißig und schon bestens vorbereitet für die vorweihnachtszeit unser christelkind tram der typ m ist in den letzten arbeiten der fertigstellung und heute wollen wir euch schon mal einen weiteren vorgeschmack zeigen unsere screens sind nicht aus dem lotus simulator sondern zeigen das modell in unsere blender-szene-test-szene mit cyclist gerendert sobald die funktionen der ki-fahrzeuge im lotus simulator möglich sind werden wir euch ein update mit dem fahrzeug zur verfügung stellen das ganze könnt ihr natürlich hier ein bisschen abstimmen auf der facebook seite direkt von tram münchen der user swwv wilhelmshaven zeigt sein neues omsi projekt hier hierbei handelt es sich um den namen norddeutsches überland friedrichsort urlaub am wasser es gibt inzwischen viele überland karten doch das was mir fehlt ist eine sehr performante performance freundliche überland karte im norddeutschen stil das versuche ich auf dieser karte umzusetzen keine sapetinen keine skirampen und auch keine gigantischen berggipfel stattdessen geht erstmal mit 80 kmh voran und zwar in die graistadt der fiktiven region kern der karte ist eine hoch frequentierte überland linie die in dieser graistadt führt und so einige gemeinde des landkreises durchquerte beginnend in der gemeinde schönberg durchquerte linie 200 bisher fief bergen lutherbeck meimersdorf travenhorst oder travenhorst und die ineinander übergehende ortschaft wulfshagen rade bis zur alten meierei in damenhorst bisher beträgt die fahrzeit auf dieser linie gut 35 minuten geplant ist eine fahrzeit von minimal 50 minuten das addon benötigt später wohl das addon reinhausen weil hier viele objekte dementsprechend verbaut worden sind gerade im überland bereich von daher wird das später halt auch vorausgesetzt sein das ganze habe ich euch unten als link in die video beschreibung gepackt so könnt ihr euch dort noch mehr bilder anschauen ein weiteres bild oder eine weitere karte wurde angekündigt von dem user bump sankt peter ording ist eine stadt in schleswig holstein im kreis nordfriesland die einwohnerzahl beträgt um die 4000 festwohnenden menschen im sommer kann man wegen den urlaubern jedoch von 12.000 einwohnern reden st peter ording ist vor allem wegen der guten lage an der nordsee wegen den ausgezeichneten stränden den dünen den salzwiesen und für die sehr untypisch nachträglich bewaldung sehr beliebt st peter ording liegt an der westspitze der halbinsel eiderstedt ein teil der gemarkung liegt im nationalpark schleswig holsteinisches wattenmeer der strand ist etwa zwölf kilometer lang und bis zu zwei kilometer breit jetzt will ich euch natürlich jetzt hier nicht keine erdkunde hier euch berichten sondern hierbei handelt es sich natürlich um die neue linie die oder neue karte die jetzt hier erscheint insgesamt gibt es hier drei befahrbare linien ein ausrufezeichen mehr werden wahrscheinlich noch folgen es kommen einen ticket paket jetzt eigene wetterdaten zum beispiel sturm unwetter auch donner wie an der nordsee eigene reale repaints aktuell sind es hier zwölf stück es sind auch chronologien vorhanden wie dutzende festivals die baustelle böhler landstraße plus umleitung ersatzheilstand etc wochenmarkt dorffest donnerstag im dorf unfälle und feuerwehreinsätze das ganze wie gesagt wenn ich hier mehr bilder sehen wollt findet ihr unten in der video beschreibung ein link dazu an sich muss ich sagen ist das ein projekt worauf ich mich sehr freue ich mag st peter ordingen ist ein lieblingsurlaubstil von mir und von daher stelle ich mir das schon richtig richtig gut vor also unbedingt weitermachen wie gesagt wenn hilfe hier von nöten ist dann einfach mal melden eins haben wir noch was wir noch nachträglich bekommen haben hier handelt es sich um ein mod für einen bus aus um sie wir sind hier allerdings ein real video von daimler busses ja also jetzt nicht wundern aber gleich am ende kommt denn noch mal so in game 10 von um sie und zwar handelt es sich hier bei um der c2 ngt den gibt es hier als solo und gelenkwagen variante ngt aufbau hinzugefügt neuer mercedes stern auf dem lenkrad wenige texturen schärfer gemacht beziehungsweise veränderte blaue beleuchtung aus also in klammern natürlich fiktiv aber die textur kann man sich durch die stand natürlich wieder ersetzen neue sounds vom zitterro 2 aus dem webdisk angepasst von cedric p von langres grüntal benötigt wird hier das hamburger bus paket und der release ist hier am 30 10 2019 damit wird das dementsprechend runterladen und damit enden dann auch schon wieder die news von heute ich hoffe dass ihr ja viel spaß hattet ich hoffe das video bleibt online auch wenn wir hier so das ein oder andere bild gezeigt haben lassen wir uns überraschen ja demnächst gibt es dann heute auch wohl unsere podcast mal schauen ob das ganze klappt und für wenn ihr mehr sehen wollt lasst unbedingt ein like da aber nicht den ganzen kanal und verpasst nichts mehr und wie gesagt auch nicht vergessen die glocke zu drücken ich verabschiede mich jetzt hiermit bedanke mich und hoffentlich wieder bis zum nächsten mal